PC-Weltwirt 25 In der großen Jubiläumsausgabe die Rettungs-DVD von Microsoft sowie 25 Vollversionen im Wert von 672 Euro inklusive Internet-Security, Brennprogramm und Festplattenmanager dazu praktische Workshops im Heft Die große Jubiläumsausgabe, jetzt im Handel Satte 1500 GB passen auf diese Festplatte von Seagate Die vier Datenscheiben der Festplatte rotieren mit 7200 Umdrehungen pro Minute Der Pufferspeicher beträgt 32 MB Modelle mit automatischem Akustikmanagement liefert Seagate allerdings nur an Großkunden Die Festplatte katapultiert sich in puncto Übertragungsraten aus dem Stand auf Platz 2 unserer Bestenliste Die maximale Datenrate beim Lesen betrug 124 MB pro Sekunde Beim Schreiben legte die Festplatte sogar noch etwas zu Zäh waren die Zugriffszeiten Im Schnitt reichte es hier nur für einen Platz im hinteren Mittelfeld Die Seagate Barracuda 7200.11 bietet exzellente Datenraten und verrichtet schön leise ihre Arbeit Ebenfalls positiv schlägt der günstige Gigabyte Preis von 11 Cent zu Buche Unterm Strich geht das 1,5 TB Laufwerk als neuer PC-Welt-Testsieger der internen 3,5 Zoll Festplatten über die Ziellinie und verrichtet das 1,5 TB Laufwerk als neuer PC-Welt-Testieger